Mindturtle, Boom! Ja, kenn ich mich aus mit. Ah ja, ne, du kennst dich aus, das heißt, er tötet dich jetzt auch. Hat's nie durchgepasst. Aua. Dann krieg ich uns beide, sehr gut. Check mit uns weiter, was sein Freund macht denn mit? Achtung, der geht. Du musst ihn weghauen. Ja, weghauen ist ein bisschen. Ja. Ach, ich wollte einen Backflip machen. Bin auf der anderen Seite leider. Ja. Yes, 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 yes. Ja, du hast ein bisschen Zeit, du hast ein bisschen Zeit. Yes. Er stand mir noch im Weg. Komplett aus dem Leben. Ich probiere den anzutackeln. Verdammt. Ach du wolltest den Gegner tackeln? Ja. Achso. Hab leider keinen Boot. Ich bin tot. Ja natürlich ist ja auch mein Trudel. Aber wir sind auch auf der gleichen Seite. Ich bin im Tor. Das war jetzt nicht mein Trudel. Ah ich hab verkackt. Ich bin aus der Kaisch. Aber ich bin ja wieder da. Aufsitzer. Der auch, aber an die Decke. Was macht der damit? Baaam. Nein. Schön. Aufsitzer Erwild wieder auszuheben. Dann greif aber auch an, wenn du dir schon das Boost nimmst. Oh fuck. Okay. Okay alles cool. Noch. Aber nicht wenn der den jetzt macht. Nicht fit. Mal schnell. Links. Komm schon. Ja. Geht. Passt Zeit. Oder? Alter. 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 Was war das denn? Hab ich ja auch noch nicht erlebt. was da war. Der Jump hat eher mich aus dem Leben genommen. Oh. Bist du da? Ja. Scheiße. Sorry. Nein alles gut. Okay. Auch. Keine Chance. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Oh Gott sei Dank. Ja mein Ziel. Mein Ziel wenn ich dir das sage ist immer dass du nicht reinspringst. Ja. Weil wenn du dann an den Pfosten klatschst dann war es das. Ja. Ja so war es das jetzt auch aber. Ja. Wo? Was hast du denn da gemacht grad? Ist ja in Ordnung. Was ist das? Doch. Oh wie gekonnt. Scheiße. Probier ihn rein zu bringen. Nein. Jetzt. In die Mitte. Okay. Der andere hat mich geblockt oder mit sich selbst nicht ausgenockt. Schade. Ach kacke. Ich habe. Kann sagen. Ja. Halt man können. Ach kacke. Hast du ihn getötet? Ach kacke. Ne. Oder? Doch. Ach geil. Wie mit unseren Distanzschüssen. Mehr können wir nicht ey. Shit der kommt zuerst. Oh nice. Okay. Scheiße dass ich dir das Boot geklaut hab. Oh nein. Jawoll. Ich wollte nur dir den Ball wegnehmen. Ah. 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 Ach kacke ey. Sieht sehr gut aus. Jetzt noch besser. Verdammt. Ich wollte gerade nach hinten gucken und springen. Ich hab ein gutes Hirn. Wano. Nein Spaß ich hab's notiert. Wano. Das ist aber nicht die Abkürzung von dem was da steht. Oh. Oh. Der eine schläft. Oh. 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 Und ich bin zu schlecht. Um ein leeres Tor zu. Das wär ja zu langweilig. Ja das. Ist mir aber egal. Gern jetzt. Gern jetzt. Klingt jetzt direkt lastbar. Ah. Dick. Oh shit. Scheiße. Hätte ich früher reagiert. Er hat nämlich nicht reagiert. Oh. Hopp ich. Oh. Schön. Oh shit. Oh. Schön. Marco was ist los mit dir? Kannst angreifen. Ah. Mist. Ich hole boost und bin im Vor. Oh. Dann greif ich gleich an. Ah. Mist. Das war schlecht. Oh. Hättest du mir gesagt dass da ein Torhüter im Tor ist. Hätte ich versuchen können ihn zu pumpen. Der geht doch nicht oder? Nein. Scheiße. Also gefühlt. Gefühlt habe ich schon drei Tore gemacht. Haben wir. Würden wir schon führen. Alles gut. Oh. Internet. Ah. Jetzt wieder da. Ja. Greif an. Greif an. Greif an. Oh. Oh man. Bin ich locker gekriegt. Achtung. Du bist. Ich bin nicht da. Ich bin im Tor. Ja. Schön ausgedrext. What? Was ein Penner. Ich dachte der wird easy gehen. Ich habe den nicht umsonst gekillt. Ja. Ich habe mir schon gedacht. Das war schon gut gemacht. Nur leider zu. Langsam. Leider du zu langsam. Ist gut. Zack. Okay. Oh. Ja. Und er hat ihn geklärt. Und er hat ihn geklärt. Du warst leer. Yes. Ja. Ich weiß. Ich habe beide überlupft. Wenn er nicht will. Ja. Ich weiß. Links. Oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Okay. Ich tackle den. Oh. Alter. Ich bin so kacke. Kann man nur so kacke sein. Ich bin so kacke. Ich bin so kacke. Nimm's. Okay. Nimm's. Nimm's. Okay. Nimm's. Ähm. Ich habe dich schon gefragt. Wann du wieder. Äh. Mal. Ich hab. Hä? Ich hab ein bisschen gechillt. Boah. Scheiße. Nein. Oh. Boah. Oh. Nein. Mach ihn. Mach ihn. Yes. Easy snack. Keine Aufgabe. Ups. Äh. Okay. Verdammt. Äh. Ah. Da ist die Aufgabe. Ja. Ah. 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 Vielen Dank.